In unserem diesjährigen ETF-Sparplan-Vergleich haben wir uns einmal die verschiedenen Broker angeschaut, wo es denn aktuell am günstigsten ist, einen ETF-Sparplan oder mehrere ETF-Sparpläne abzuschließen. Vor diesem Vergleich haben wir uns auch schon einige Broker im Detail angeschaut. Vor einigen Jahren bereits die Comdirect, Consors Bank, aber auch schon Trade Republic und Scalable Capital. In den Kommentaren per Mail und vor allem auch in unseren Twitch-Streams wurden wir häufiger nach einem speziellen Broker nochmal gefragt und das war Smart Broker. Deswegen schauen wir uns im heutigen Video einmal an, was Smart Broker ist, was Smart Broker überhaupt kann, was die Konditionen sind, was das Produktangebot ist und für wen Smart Broker eventuell die richtige Depotentscheidung sein könnte. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video schauen wir uns einmal etwas genauer den Discount Broker Smart Broker an. Smart Broker ist ein in Berlin ansässiger Broker, der 2019 von der Wall Street Online Gruppe ins Leben gerufen wurde. Zur Wall Street Online Gruppe zählen große Finanzportale wie zum Beispiel Arriva oder Wall Street Online, aber auch der Fondsvermittler fonddiscount.de. Mit dem Start 2019 ist Smart Broker also fast zeitgleich mit weiteren neuen Brokern in den Markt gekommen, gemeinsam zum Beispiel mit Trade Republic, Just Trade oder auch Gratis Broker. Scalable Capital ist dann Anfang 2020 zu den neuen dazugestoßen. Das Produktangebot von Smart Broker basiert im Grunde auf dem DAB Broker, was eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas ist. Smart Broker besitzt also keine eigene Banklizenz, sondern es wird alles über DAB abgewickelt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie zum Beispiel bei Trade Republic, die ihre depotführende Bank bei HSBC haben, oder bei Scalable Capital ist es die Baader Bank. Die DAB, nicht zu verwechseln mit der DKB, ist eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas. Je nachdem, welche Maßgröße man zu Rate zieht, ist die BNP Paribas in Europa die größte Bank. Das bedeutet aber auch, das Geld, was wir dort auf unserem Verrechnungskonto haben bei Smart Broker, unterliegt französischer Einlagensicherung. Diese beläuft sich aber genauso wie die deutsche Einlagensicherung auf 100.000 Euro und ihr solltet sowieso auf keiner Bank mehr als 100.000 Euro Bankguthaben haben. Zu unterscheiden ist das natürlich von den Investitionen in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien oder Aktien-ETFs. Diese sind sowieso Sondervermögen, zählen in diese 100.000 Euro Grenze also nicht rein. Was damit gemeint ist, ist also ausschließlich das Bargeld. Legen wir direkt einmal los und schauen uns die aktuellen Konditionen von Smart Broker an. Bevor wir hier in die Details gehen, ist es aber wichtig zu verstehen, dass Konditionen von Broker sich regelmäßig ändern. Von daher werden die Informationen, die ich euch hier gebe, natürlich nicht ewig aktuell sein. Dafür haben wir unseren Broker- und ETF-Sparplanvergleich entwickelt, wo wir uns die größte Mühe geben, die Konditionen immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Ihr findet den Link zudem unten in der Videobeschreibung. Außerdem ist der Broker immer verpflichtet, sein Preis- und Leistungsverzeichnis auf dem aktuellsten Stand zu halten. Auch das haben wir euch in unserem Vergleich immer verlinkt. Starten wir zunächst einmal mit den Depotführungsgebühren. Die Depotführung ist bei Smart Broker komplett und bedingungslos kostenlos. Allerdings solltet ihr keine Unsummen an Vermögen auf eurem Verrechnungskonto sparen, denn sobald euer Verrechnungskonto mehr als 15% von eurem gesamten Depotvolumen ausmacht, fallen hier Negativzinsen in Höhe von 0,5% an. Habt ihr also zum Beispiel einen Depotwert von 10.000 Euro, solltet ihr nicht mehr als 1.500 Euro auf eurem Verrechnungskonto liegen haben. Erst wenn ihr diese 15%-Schwelle überschreitet, fallen die Negativzinsen auf den Betrag an, der diese 15% übersteigt und das auch nur nach der Fresh-Money-Regel, wie das intern genannt wird. Das bedeutet erst nach drei Monaten. Das Ganze wirkt ein bisschen komplex als Regel. Am besten behaltet ihr euch einfach als Daumenregel, dass ihr keinen längeren Zeitraum mehr als 15% eures Gesamtvermögens auf dem Verrechnungskonto liegen haben solltet. Bucht es dann entweder auf ein Tagesgeldkonto um, wenn ihr es nicht investieren wollt, oder investiert das Geld einfach. Diese Regel ist mittlerweile übrigens nichts Außergewöhnliches mehr. Es gibt zum Beispiel auch bei Flatex bereits ab dem ersten Euro Negativzinsen. Die Broker sind verpflichtet, diese Art von Negativzinsen einzuführen, da sie selbst ja negative Zinsen bezahlen müssen, wenn sie das Geld zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank einlagern. Aus diesem Grund werden die Kosten hier einfach nur weitergegeben. Ein unserer Meinung nach großes Plus von Smart Broker, was Smart Broker derzeit auch sehr stark von Trade Republic und ein wenig von Scalable Capital unterscheidet, ist das große Angebot an verschiedenen Handelsplätzen. Ihr könnt in Deutschland an allen zugelassenen Handelsplätzen handeln, also zum Beispiel auch Xetra oder der Börse Stuttgart und habt auch die Möglichkeit über außerbörsliche Handelsplattformen, wie zum Beispiel Lang & Schwarz, Baader Bank oder eine ganze Reihe von Banken zu handeln. Auch wenn ihr im Ausland handeln möchtet, also ausländische Aktien über ausländische Handelsplattformen kaufen möchtet, ist Smart Broker gut aufgestellt. Insgesamt könnt ihr im Direkthandel mit 16 Banken handeln, aber es sind auch 24 ausländische Handelsplätze angeschlossen, wie zum Beispiel die NICI, die New York Stock Exchange oder die Nasdaq. Diese große Auswahl an Handelsplattformen ist natürlich für all diejenigen interessant, die einzelne Aktien oder Wertpapiere wie ETFs oder Fonds direkt handeln möchten. Das heißt jetzt nicht per Sparplan, sondern per Einmalkauf. Hier hat man dann natürlich den Vorteil, dass man die Spreads und die einzelnen Kurse miteinander vergleichen kann und auch direkt im Ausland handeln kann, was in der Regel deutlich günstiger ist, als wenn man eine ausländische Aktie im Inland, also in Deutschland handelt. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Kosten entstehen. Wir haben extra vorher über die Handelsplätze gesprochen, weil die Kosten immer ein wenig davon abhängen, über welchen Handelsplatz ihr eure Order ausführen möchtet. Hier handelt es sich um eine grobe Zusammenfassung, denn das 18-seitige Preis-Leistungs-Verzeichnis ist im Vergleich zu den neuen Mitbewerbern verhältnismäßig lang. Wenn ihr an den klassischen Börsen handeln möchtet, wie zum Beispiel Xetra, Börse Stuttgart, München, Hamburg und so weiter, bezahlt ihr 4 Euro pro Order plus zusätzliche Börsenplatzgebühren. Diese Börsenplatzgebühren erheben, wie der Name schon sagt, die einzelnen Börsenplätze und sind daher von Börsenplatz zu Börsenplatz und teilweise auch von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Wenn ihr über außerbörsliche Handelsplätze handeln möchtet, wie zum Beispiel über Tradegate, Lang & Schwarz und Getex, dann kostet euch das nur 4 Euro und es kommt keine Börsenplatzgebühr hinzu. Dann gibt es noch Special Deals, also Vergünstigungen, wenn ihr über die beiden außerbörslichen Handelsplattformen Lang & Schwarz und Getex handelt. Wenn ihr an ausländischen Börsen handeln möchtet, kostet euch das 9 Euro pro Order zuzüglich einem Handelsplatzentgelt, also quasi nochmal Sondergebühren, die dann bei den einzelnen Börsenplätzen anfallen. Das war soweit der Fall, wenn ihr einzelne Orders abgeben möchtet für Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie es mit den Sparplänen aussieht. Es gibt bei Smart Broker sowohl Aktiensparpläne als auch ETF-Sparpläne. Viele davon sind kostenlos, darauf gehe ich aber gleich ein. Hier zunächst einmal die Kosten, die anfallen, wenn es sich hier um nicht kostenlose Sparpläne handelt. Hier fallen bei Aktien und ETFs dieselben Gebühren an, nämlich 0,2% von der Sparrate, also quasi von eurer Order und mindestens 80 Cent. Bei Aktien beträgt die Mindestsparrate 125 Euro, bei ETFs 25 Euro pro Ausführung. Derzeit gibt es 102 Aktien und über 600 ETFs, die bei Smart Broker sparplanfähig sind. Bei Aktien gibt es keine kostenlos besparbaren Aktien. Bei den ETFs gibt es derzeit 270 Aktions-ETFs, das heißt, die sind kostenlos besparbar. Hier fallen also nicht die 0,2% Gebühren an. Die Anbieter der Aktions-ETFs sind wild gemischt. Es gibt ETFs von X-Trackers, von iShares, von Amundi oder auch von Luxor. Allerdings handelt es sich hierbei um Aktionsangebote, das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Sparplänen nicht ewig kostenlos bleiben werden, beziehungsweise dass die Palette an kostenlos besparbaren ETFs sich ändern wird. Das ist meiner Meinung nach ein Nachteil, wenn man das zum Beispiel mit dem Produktversprechen von Trade Republic und Scalable Capital vergleicht, die von dauerhaft kostenlos besparbaren ETFs sprechen. Zusammenfassend zu den Gebühren kann man sagen, es ist ein attraktiver Broker für Leute, die regelmäßige Orders aufgeben, das heißt, die einzelne Aktien- oder ETF-Käufe tätigen und hierbei einen möglichst großen Zugang zu verschiedenen Handelsplätzen haben möchten. Aber jetzt genug über Theorie, Produktangebote und Konditionen gesprochen, schauen wir in den Broker doch direkt einmal rein. Zunächst einmal zeigen wir euch, wie man dort ein Depot eröffnet in einigen wenigen Schritten, dann wie man einen eigenen ETF- oder Aktiensparplan aufsetzt und dann zeigen wir euch auch mal die Order-Maske, wo ihr die einzelnen Börsen-Handelsplattformen aussuchen könnt. Über den Link in der Depotbeschreibung kommt ihr direkt hier in dieses Eröffnungsformular von Smart Broker. Mit einem Klick auf Jetzt Depot eröffnen, seid ihr auch hier schon drin, könnt aussuchen, ob ihr ein Einzel- oder Gemeinschaftsdepot wollt, tragt dann hier euren Vornamen und Namen ein, eure E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Hier müsst ihr dann nochmal die Datenschutzbestimmungen bestätigen und auf Weiter klicken. Dann müsst ihr weitere Angaben tätigen, unter anderem euer Geburtsdatum und euren Geburtsort, sowie das Geburtsland und Staatsangehörigkeit und eventueller Zweiter-Staatsangehörigkeit. Hier müsst ihr dann angeben, welcher euer steuerlicher Wohnsitz ist und müsst hier eure Steueridentifikationsnummer angeben. Diese elfstellige Steueridentifikationsnummer findet ihr auf allen Briefen oder allen Korrespondenzen mit dem Finanzamt. Ich kann euch empfehlen, diese Steueridentifikationsnummer schon mal rauszusuchen, bevor ihr mit dem Depotantrag antretet. Dann müsst ihr noch einmal Informationen zu eurer beruflichen Tätigkeit hier eingeben. Dann müsst ihr angeben, ob ihr Zugang zu Insider-Informationen in jeglicher Art habt und dann eure aktuelle Meldeadresse ausfüllen. Hier müsst ihr angeben, ob ihr in den USA steuerpflichtig seid, ja oder nein. Das muss man leider bei jeder Brokereröffnung machen. Außerdem müsst ihr hier was zur Kirchensteuer anklicken und optional euer Jahresgehalt eintragen. Dieses Feld ist aber kein Pflichtfeld. Dann kommen wir zum Wertpapierhandelsbogen. Hier müsst ihr anklicken, mit welchen Wertpapieren ihr in den letzten ein bis zwei Geschäftsjahren Erfahrung gesammelt habt. Hier könnt ihr dann anklicken, mit welchen Wertpapieren ihr handeln möchtet und ob ihr vorhabt, Sparpläne einzurichten. Hier wird dann geschätzt, mit wie vielen Trades ihr im Monat durchschnittlich rechnet und wie hoch euer Depotvolumen voraussichtlich sein wird, inklusive der Cash-Position. Da müsst ihr verschiedene rechtliche Bedingungen bestätigen, dass ihr auf eigene Rechnung handelt, dass euer Kapitalvermögen Privatvermögen ist, dass ihr nicht für Dritte handelt und so weiter. Im Anschluss seht ihr dann nochmal eine Auflistung eurer persönlichen Daten, die ihr soeben eingegeben habt. Am Schluss müsst ihr dann nochmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen und könnt euch nochmal eine Vorschau eurer Depotunterlagen downloaden bzw. anschauen. Ebenso könnt ihr hier auf das Preis-Leistungsverzeichnis von Smartbroker oder der DAB-Bank klicken. Überall, wo ein Sternchen markiert ist, seid ihr verpflichtet, diese PDF-Dokumente zu downloaden und zu eurer Kenntnis zu nehmen und könnt dann auf Jetzt Depot beantragen klicken. Die Unterlagen wurden erfolgreich vermittelt und jetzt müsst ihr noch den Identifikationsprozess durchmachen. Das geht bei der DAB-Bank bzw. bei Smartbroker mithilfe von Postident. Das könnt ihr entweder in einer Postfiliale machen oder per Videochat über euer Notebook oder auf dem Smartphone. Um die Persönlichkeitsrechte des Postmitarbeiters zu schützen, haben wir das Ganze jetzt mal nicht weiter mit aufgezeichnet. Wenn das Smartbroker-Konto eröffnet ist, kannst du einfach über den Login-Bereich dich in dein Konto einloggen und kommst dann direkt auf die Übersichtspage. Wir haben hier zum Test mal 2.000 Euro auf dieses Depot geladen. Hier unten siehst du die Übersicht von deinem Depot, also was da ein Guthaben drauf ist und du hast hier dein Verrechnungskonto. Wenn du jetzt einen ETF-Sparplan eröffnen möchtest, musst du nur hier auf Geldanlage tippen und siehst dann auch schon die Sparpläne. Du kannst dir dann hier bei den Wertpapierarten aussuchen, was für einen Sparplan du anlegen möchtest. Entweder ein Aktien-, Fonds- oder Zertifikate-Sparplan. Da wir jetzt einen ETF-Sparplan anlegen wollen, klicke ich hier mal auf Fonds und Sparplan anlegen. Dann sind wir hier auch schon in der Übersichtsmaske. Hier kannst du die WKN-Nummer deines Fonds eingeben, die du gerne kaufen möchtest. Wir haben jetzt hier einmal ein MSCI World von X-Trackers herausgesucht. Du kannst natürlich auch über die Wertpapiersuche gehen, die ist unserer Meinung nach aber sehr unübersichtlich. Von daher solltest du dir vorher bei Drittanbietern heraussuchen, welchen ETF du gerne besparen möchtest. Hier gibst du dann die Rate ein, zum Beispiel 50 Euro pro Monat, in welchem Intervall das Ganze ausgeführt werden soll, monatlich, alle zwei Monate, quartalsweise und so weiter, wann der ETF-Sparplan ausgeführt werden soll, wir sagen jetzt jedes Mal am 15. des Monats, wann er loslegen soll im Februar und das Ende, das Ende lassen wir jetzt mal offen, denn er soll unendlich laufen, beziehungsweise so lange, bis wir ihn wieder auflösen. Hier kannst du dann aussuchen, ob das Geld direkt von deinem Verrechnungskonto abgebucht werden soll oder von deinem Fremdkonto, also von deinem Girokonto. Wir lassen das jetzt mal bei Verrechnungskonto. Wenn du jetzt auf Weiter klickst, dann kommst du nochmal auf eine Übersichtsmaske, wo du nochmal alles sehen kannst, alle Informationen. Hier bekommst du auch alle Verkaufsunterlagen, Jahresbericht, Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, wesentliche Anlegerinformationen und wenn das alles für dich stimmt, kannst du hier einen kleinen Haken setzen, mit dem du bestätigst, dass du die Verkaufsunterlagen bekommen hast und musst dann mit der App diesen QR-Code scannen und das Ergebnis dann hier eintragen. Jetzt haben wir den Code hier eingegeben und klicken auf Zahlungspflichtig einrichten und schon ist der ETF-Sparplan eingerichtet. Wenn du hier in die Übersicht gehst, siehst du den ETF-Sparplan auch, den du hier angelegt hast und kannst dir gleich beliebig viele weitere ETF- oder Aktiensparpläne hinterlegen. Übrigens, wenn ihr einen Aktiensparplan anlegen möchtet, dann läuft das Ganze übrigens ähnlich ab. Dann klickt ihr hier einfach auf Aktiensparplan anlegen und könnt dann die Wertpapiersuche nutzen. Dazu klickt ihr hier einfach auf Suche, ohne eine WKN-Nummer einzugeben und dann seht ihr die derzeit knapp 100 Aktien, die hier sparplanfähig sind. Könnt ihr hier einmal durchscrollen und seht dann, welche Aktien dabei sind. Habt ihr euch dann für eine entschieden, braucht ihr nur da draufklicken und dann wird die in den Sparplan übernommen. Jetzt schauen wir es nochmal ganz kurz an, wie man sich Aktien oder andere Wertpapiere, wie zum Beispiel ETFs oder Fonds, per Direktorder kaufen kann. Dazu müsst ihr hier einfach nur auf Trading klicken, dann hier auf Kaufen und könnt dann direkt schon mal die Wertpapiersuche starten. Wir geben hier zum Beispiel mal Adidas ein und suchen uns hier die Adidas-Aktie heraus. Das ist keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur ein zufällig ausgewählter Wert. Dann könnt ihr euch hier den Handelsplatz aussuchen. Hier habt ihr zum Beispiel lang und schwarz Aktien Best Exchange zwischen 9 Uhr und 17 Uhr 30. Also quasi auch innerhalb der Xetra-Handelszeiten. Ihr könnt euch auch eine beliebige andere Börse heraussuchen und seht hier auf der Seite schon mal bei den drei Top-Handelsplätzen, wie der Preis aktuell steht. Wir suchen uns jetzt hier zum Beispiel mal Getex aus, denn ab 500 Euro Handelsvolumen kann man hier kostenlos handeln. Geben wir mal zwei Stück ein, die wir gerne kaufen möchten, um auf die 500 zu kommen. Limit Order von 270 Euro, also ein kleines bisschen über dem Kurs, tagesgültig und können jetzt den Auftrag vorbereiten. Wenn wir jetzt hier diesen QR-Code scannen und hier den QR-Tan eingeben, haben wir die Adidas-Aktien gekauft. Worauf ihr immer achten solltet, ist, dass ihr innerhalb der normalen Börsenöffnungszeiten von zum Beispiel Xetra handelt, denn daran orientieren sich solche außerbörslichen Handelsplätze, wie zum Beispiel Getex oder Lang & Schwarz. Das war schon der Blick hinter die Kulissen. Eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, wie ein Freistellungsauftrag erteilt wird. Das geht leider noch nicht mit wenigen Klicks, da will Smartbooker derzeit dran arbeiten. Hierfür müsst ihr leider noch einen PDF ausfüllen und diese per Post zuschicken. Eine weitere Sache, an der dieses Jahr auch noch gearbeitet werden soll, ist die eigene Smartphone-App. Die gibt es nämlich noch nicht. Man kann Smartbroker bisher nur über den Desktop benutzen. Schauen wir uns jetzt einmal die Vor- und Nachteile von Smartbroker an, die uns so aufgefallen sind. Auch wenn Smartbroker ein ziemlich junger Anbieter auf dem Markt ist, finde ich, dass man Smartbroker eher mit den alteingesessenen Brokern vergleichen sollte, als jetzt zum Beispiel mit den neuen wie Trade Republic oder Scalable Capital. Das Interface ist eine etwas aufgehübschte Version von der DAB-Bank, denn ähnlich wie die alteingesessenen Broker bietet Smartbroker vor allem den Zugang zu sehr vielen Handelsplätzen, was gut ist für Leute, die Aktien oder ETFs im Direkthandel handeln möchten. Es gibt ebenfalls eine breite Produktpalette und Smartbroker ist relativ günstig, was Quellsteuerservices angeht. Wenn ihr Aktien im Ausland handelt, müsst ihr zunächst einmal dort ja auch Steuern bezahlen und könnt diese Steuern erst später per Steuererklärung zurückbekommen. Hier unterstützt euch Smartbroker relativ kostengünstig. Was ich ebenfalls sehr positiv finde, was die neuere Generation vielleicht als etwas zu Altbacken abtun würde, ist, dass es einen Telefonservice von 8 bis 8 gibt, also von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, was sehr angenehm ist, wenn man mal Fragen hat. Was ich auch ziemlich cool finde, was die neuen Neo Broker, soweit mir bekannt, noch nicht haben, sind sogenannte Auszahlpläne. Das ist wie ETF-Sparpläne, nur umgekehrt. Man hat einmal einen größeren Betrag investiert und tätigt jetzt jeden Monat automatisiert Teilverkäufe, welche dann automatisch auf das Konto überwiesen werden. Ein cooles Feature. Bei den Punkten, die es zu verbessern gibt, würde ich zunächst einmal das Sparplanangebot anführen. Bei den Aktien gibt es verhältnismäßig wenige Aktien, die sparplanfähig sind, nämlich nur 102 derzeit. Und was das kostenlos besparbare ETF-Angebot angeht, ist es zunächst einmal auch recht überschaubar. Und leider handelt es sich hierbei um Aktionsangebote. Das heißt, diese Angebote laufen irgendwann aus und sind nicht dauerhaft kostenlos besparbar. Zwei weitere Verbesserungspunkte sind meiner Meinung nach, dass es eine Smartphone-App braucht und dass die Freistellungsaufträge auch digital eingereicht werden sollen. Hier arbeitet Smart Broker eigenen Aussagen zufolge aber bereits dran. Dann finde ich, dass man das Preis-Leistungsverzeichnis sicherlich nochmal überarbeiten könnte und diese 18 Seiten vielleicht mal auf drei oder vier Seiten runterkürzen könnte. Ich bin immer ein Freund von Simplizität und Transparenz, denn all diese Konditionen, die wir euch eben aufgezählt haben, vergisst man natürlich nach einer Zeit. Da ist es zum Beispiel deutlich einfacher, wenn man weiß, dass pauschal alle Orders, einen Euro kosten oder alle ETF-Sparpläne kostenlos besparbar sind. Als letzter Punkt, und das ist eher ein ästhetischer Punkt, finde ich, dass man das Interface noch etwas angenehmer gestalten kann. Wenn man zum Beispiel in der ETF-Suche unterwegs ist, findet man sich überhaupt nicht zurecht, wenn man einen Sparplan anlegen möchte. Hier muss man noch auf dritte Webseiten zugreifen, um dort seine Produkte herauszusuchen. Kommen wir einmal zu einer Frage, die ich jetzt schon antizipiere, wo ich mir sicher bin, dass ihr sie stellen werdet. Smart Broker oder Trade Republic? Oder Smart Broker oder Scalable Capital? Für wen ist also welcher Broker geeignet? Natürlich gibt es noch mehr Broker als nur diese drei am Markt, aber das sind die drei, die derzeit am stärksten diskutiert werden. Meiner Meinung nach ist Smart Broker ein guter Allround Broker, gerade für Leute, die regelmäßig Aktien handeln möchten und auch gerne mal Auslandsaktien handeln möchten. Im Sparplanangebot sind sie noch etwas schwach auf der Brust. Hier kann Scalable Capital deutlich mehr punkten. Wer 100% auf dem Smartphone unterwegs sein möchte und vermutlich das schönste Interface nutzen möchte, der sollte sich einmal Trade Republic genauer anschauen. Wer sich Smart Broker, einen der anderen genannten Broker oder unseren ETF-Sparplanvergleich einmal genauer anschauen möchte, der findet wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn es noch andere Broker gibt, die wir uns auch anschauen sollen und unser 25. Depot eröffnen sollen, dann schreibt es uns gerne unten in die Videobeschreibung. Wir schauen uns das Ganze gerne für euch an. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Anlagestrategie, Finanzprodukte und finanzielle Bildung, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.